Herzlich Willkommen zurück zu Kina Bridge of Spirits. Meine Rotz waren auch schon ganz gefräßig. Wollen wir doch mal schauen was uns jetzt hier erwartet. Könnte ja auch schon das Endspiel sein. Wir waren nicht ganz sicher. Waren ist vorher Geist? Ok, der geht an. Die Wille ist stark, Spirits. Die Wille ist schrecklich. Die Pau der Mountain Shrine ist mir. Ich habe ihn, um zu retten meine Leute zu retten. Es ist Zeit, Toshi. Lass dich weg, und wir können dein Haus zusammenhören. Sie wollen mich zu retten? Komm! Oh ja, oh ja. Oh ja, das ist unfair. Oh ja, das ist unfair. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das ist fies. Das ist so, was ich jetzt auch noch nicht erneut. Der Wert ist ab, ne? Da sind wir dann mal klein. Oh ja, der ist gut. Oh ja, das ist so gut. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das ist gut. Wie geht nicht, du? Oh ja, das ist so. Okay. Ah, du Scheiße. Okay, jetzt haben wir doch schon mal. Wir haben noch eine Blume. Ah, du bist böse. Bist richtig böse. Ja. ah fuck oh oh ah ah da ist auch eine Blume da sind zwei Treffer jetzt trennen können brennen das ist böse das ist wirklich böse das war ein Blitz shit man ja au 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 das war 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 das das war 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 jetzt haben wir es gleich mit dir Chau, Baby. oh together lot are quite powerful but i have faced them once before oh Oh oh. Du magst denken, dass du diese Kreaturen kennst. Lass mich euch zeigen, dass sie ihre echte Natur ist. Was zum Teufel? Das sind kleine Teufelchen, oder? Wurde sie zu aufsprechen? Ein Anführer geht allein, okay. Kriege ich da noch was? Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich noch nicht wahr. Sehr logisch. Habe ich keine Rotz, ne? Und jetzt muss ich nochmal gegen den kämpfen. Angeblich habe ich noch eine 70, aber naja. Bikeschrein. Einen sammeln. Fragt die mir hier was? Nein, genau. Ist hier irgendwas? Was sammeln oder was? Nein, genau. Was? Ein laueres Geister. Und jetzt nochmal einen Endkampf gegen den, oder was? Das ohne Rotz. Ja. Wohin! Das ist nicht das. Ich hab den Block CK. Was? Ich hab den Block CK. Was? was haben wir sie genau weg nein was ist jetzt so ist die jetzt gestorben weil ich jetzt irgendwo in der kürze da drin was okay noch mal muss aber machbar sein müssen darauf achten wo man hinschießen müssen was ist denn da da kommst du auch noch mal raus ne da das was Das kann ich dir gegen, oder? da kommen ich denke noch nix, oder? Das kriege ich auch nicht für die Energie, oder? Weil ohne die Rotz kann er ja keine Pflanzen beleben und dann kriege ich auch keine Energie, ne? Nein! Gut, nicht weg! Ah, ich wollt's! Treff den Scheiß-Tacker nicht! Mist! Ich bin nervös! Ah, das war gut! Das ist eine Flumme! Da ist ein Rotz eingesperrt! Das ist eine Flumme! Das ist eine Flumme! Da ist eine Flumme, oder? Das ist eine Flumme! Ich bin eben überfragt. Oh, ich hab sie. Jetzt hab ich rotz. Ein Level. Na? Oh, ich hab sie. Oh, ich hab sie. Oh, ich hab sie. Ach du Scheiße. Oh, das war ein Zück. Na, warte. Ich hätte das gedacht. Und jetzt? Da rüber? Da fliegt doch die Bomben nicht hin. Da rüber. Da rüber. Hä? Das ist der Linke nochmal hinein. Was? Wann jetzt? Wieso bin ich jetzt drauf? Ja. Oh, ich hab die drauf getroffen. Ach komm, jetzt gehen wir schon. Oh. Oh. Ah, da komm ich nicht hin. Ich muss da Schwerkraftbomben schon hinschmeißen. Aber warum, dass ich da nochmal von vorne anfangen muss, das ist eine große Preisfrage. Ich denke schon, dass ich das richtig mache. Das senkt sich doch die eine Plattform, oder? Ich verstehe das nicht ganz. Vielleicht ist die gar nicht wichtig. Ich verstehe das. Und jetzt nochmal auf. Ich verstehe das. ah ah ah. ist jetzt irgendwie nicht ganz also ich war drauf ich habe mich rüber aber irgendwie fehlt da was das ding kannst du nicht treffen aha das haben sie jetzt ein wenig aufgemacht das würde ich schon mal sagen das ist schon ein highlight da rüber zu kommen 1,2,3,4 oder neben ein Stück dabei da rechts weil wir sollten sowas vorher wissen ich meine das erfährst du ja erst nach 20 mal ausprobieren naja irgendwie geht es runter weil ich drauf bin oder es geht runter wenn na toll das ist zwar nicht einfach das ist so ein Quatsch da jetzt wo das Spiel bloß unnötig in die Länge zieht wo das Spiel am Rande der Verzweiflung bringen sollte oder sowas ich habe keine Ahnung aber der geht runter wenn das Ding da ist ich das jetzt richtig einschütze aber sofort ne also aus der K-Reaktionszeit irgendwie das ist eine Scheiß-Mechanik nein das ist eine Scheiß-Mechanik denn du musst ja wissen wo das Ding in ist ach Gott ach hinter mir ja das soll es jetzt wissen dass hinter mir dann die Rosen ist das ist ja klar das soll mal alles wissen doch mal ist das doof gemacht hier ey was ich das hab ich wie senza geht es Breaking das Das war jetzt eine Tartuhr da hoch, das ist ja ein wenig eine Katastrophe. Wer geht denn hier? Wo steckt der Staat drin? Jetzt war Sack, was ich jetzt treiben muss. Ja, scheiße, ich will shit. Steht am Weg. Steht am Weg. Steht am Weg. Wo muss ich jetzt treffen? Jees, was ich steuer da? Kannst geil so schlecht. Kupfen! Ach, leck mich doch, ey. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Mann, noch mehr, ey. Da hat er Blume unten dran, ja. Das seh ich, ja. Ja, da kann ich Rock dran schicken. Ach, komm. Kann man jetzt stacken, da? Geh weg. Boah, das hat er mir doch geiler Neige geworfen. Das ist doch ein Kack hier. Jetzt, da du stirbst, dann einfach. Und das ist ein wenig Schwachsinn. Das ist echt ein wenig Schwachsinn, wenn du dann reingeschubst hast. Und jetzt ist er wieder weg, oder was? Darf ich alles nochmal machen, oder wie? Kann er jetzt jetzt sein, oder? Das wird wirklich alles nochmal machen? Pluswort, der mich dann eingeschubst hat. Ah, ist das nervig. Nee. Bin wieder bei die Stacheln. Drei Stück sind drauf. Ich hab keine Rocks. Ich hab die doch gehabt. Ja, das ist sowas liegen jetzt, dass wir da alles drauf machen müssen. Ja. Boah, gah. Der bloß, weil der mich noch in den Ring reingeschobst hat. Hey! Dreh sie da einfach so schnell, dass sie doch nicht hinter den kommen. Oh, ihr seht. 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 Mann! Und die Scheiße wieder. Warum darf ich eigentlich da wieder ab den anderen Punkt anfangen und beim anderen nicht? Ist das auch wenig so fraglich. Ah, das ist doch so ein Scheißquatsch. Einmal die Büsse. Bis jetzt war das Spiel eigentlich immer ganz gut. Das war kack hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war kack. baby nicht ob alles Ich hab keine Erachtung. Jetzt ist er nicht aufgeladen. Ach komm. Überlassen mich vor die Wände und alles treffen. Bevor er wieder rausdringt wird. Ich hab überall geflüchtet. Und gerne versucht es einen. ja raus 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 wir haben eine hier Der ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man ihn nicht hinausdrehen würde, dann ist er schon still vorbei. Hoppala. Hoppala. Ein Stab noch. Lade ihn mal auf. Jetzt. Das hat es. Das ist auf der anderen Zeit, ne? Das hat mir jetzt 10 Minuten gekostet. Oh, nee. Ich habe mal jetzt back. Was ist jetzt? Was kommt jetzt noch? Und ihr Jungs seid ja noch mal teuflisch. Das sage ich euch. Oh, nein. 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 Ah Hotel. Our home was crumbling. And the people looked to me for answers. I failed them and could only watch as life drained from the village. So we should do nothing? You should take action! The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Put down the staff, Toshi. I will end this suffering. Why are you punishing us? Why? What did we do? Answer me! How many people must die? Why? Tell me! Don't turn your back on me! Listen to me! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! But I did not go! We devoted ourselves to you! We don't need you. This is it. Zajiro once told me, change was an essential part of life. He understood the Lord God's purpose. Fear drove my actions. And I destroy something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? I'm sorry, Tomishi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural. But it can imprison us. Change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Turns out. We'll see you next time. Und äh... Das ist mal Wachstein. Okay. Good-bye, little friend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020